Dschungelfieber Sie sind nicht mit einem Timer Es gibt jetzt hier noch 2 neue Spielmodus Einmal diese Duotrupps mit 2 Spielen Wohl Und diese Bubble Trouble Prüfungen Lass es krachen, mach ordentlich Tempo Denn alle versuchen in den 3 Runden Bubble Trouble die meisten Blasen zerplatzen zu lassen Das ist wohl eins dieser neuen Spiele Was jetzt hier als Minispiel alleine gibt Und das geht noch insgesamt Knapp 2 Tage Wie man ja sieht Hier der IDO-Trupps fast noch sechs Tage. Und die Truppshows, die wurden jetzt fest eingebaut. Und wir spielen aber heute nochmal das Hauptprogramm. Die Truppshows hatten wir ja in einer der letzten Folgen noch gehabt. Und ja, wir sehen unten links, ist unser Fortschritt der Kronen ja gespeichert worden. Das wird anscheinend jetzt nicht resettet. Wir haben hier oben eine neue Herausforderungsliste. Die wurde auch neu hinzugefügt. Ich habe jetzt noch nicht viel gespielt. Ich habe mal einmal reingespielt. Leider ist die Aufnahme dabei leider abgeschmiert. Das bedeutet, das habe ich leider nicht auf Video. Jetzt haben wir hier noch unsere Outfits, klar. Dann den neuen Stumble Pass, der Stumble Pass der Season 5. Da sind wir jetzt schon fast knapp vor Level 9. Da bekommen wir dann eine Krone. Was ich ziemlich cool finde, ist hier dieser Tropenbaum. Da gibt es auch noch das Unterteil hier irgendwo, meine ich. Oder gab es das schon? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Das hier ist der Tropenbaum von unten, genau. Ja, und was gibt es hier noch alles? Ein paar Kronen, ein paar neue Kostüme, wie man ja sieht. Hier haben wir einen Splunky, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und das obere Teil von dem sieht aus wie so ein Bergarbeiter. Ja, ein paar neue Emotes. Ein Kavalier, okay. Eine Krake. Der Kraken von unten, hier ist der Kraken von oben. Sieht ein bisschen aus wie von Fluch der Karibik. Ziemlich cool eigentlich. Ja, aber wir haben unseren Hund, mit dem wäre ich eigentlich auch recht zufrieden. Und hier hinten haben wir Djinn. Der ist denn Djinn? Oder ist das Genie hier, dieser Flaschengeist? Ja, genau. Könnte der sein. Der fliegt ja hier auch. Das ist das Unterteil von dem. Ja, ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob wir den komplett durchspielen werden. Ich denke mal nicht. Wir sind jetzt jedenfalls schon bei Level 8. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir heute neue Maps reinkriegen. Also ich habe vor, in dieser Folge mindestens zwei neue Maps spielen zu können. So, und los geht's. Was ist das denn? Wipfelwirrwarr. Überwinde die Dschungelhindernisse und renne zur Ziellinie. Diese Map hatte ich bis jetzt noch nicht. Leider ist die Aufnahme mir ja, wie gesagt, abgeschmiert. Aber da hatte ich erst eine neue Map gehabt. Es gibt ja insgesamt sechs Stück. Jetzt sehen wir definitiv schon mal eine davon. Die sieht ja schon mal ziemlich interessant aus. Das ist auch so ein Rennen. Die, die ich gespielt habe, das war auch so eine Art Gipfelaufsteigen. Oder so auf einen Berg kraxeln. Aber kein Schleimkraxler. Das ist nicht so eine andere Version von dem. Das ist auch wieder was ganz Eigenes. Was Neues. Boah, ist mir heute warm, ey. Es ist so extrem warm bei mir gerade im Zimmer. Das glaubt man gar nicht. Geh mal unten rein. Ich denke, das ist am einfachsten. Oh, shit. Die Kröten. Ach, man kann ins Wasser auch. Man kann ins Wasser. Geil, geil, geil. Lauf, lauf, Leute. Und hier hochspringen. Ah, das ist cool hier. Oh Gott. Ja. So cool. Ich fall runter. Wir kommen gut voran. Ey, man kann hier innen lang laufen auch. Oh Gott. Das ist aber sehr, sehr kritisch gerade gewesen. Geh dann halt da lang. Ach, hier unten geht's auch noch weiter. Oh. Und ich halte mich da hinten voll auf. Das ist lustig. Oh, voll erwischt, ey. Was sind das denn für Dinger, ey? Nasehörner. Hab mich jetzt nicht erwischt zum Glück. Und ab in die Rutsche rein. Vielleicht gewinnen wir ja sogar. Wir sind noch einer der Ersten. Und wir haben es geschafft. Erste Runde. Und wir haben relativ gut abgeschnitten. Oh, das war mies für den. Schon beendet die Runde. Krass. Ja, heftig. Aber er hat gut funktioniert. Wir sind richtig gut durchgekommen. Die neue Map hat mir gefallen. Die war gut. Ja. Das Update kam jetzt am 20. Juli raus. Also dieses Dschungelfieber-Season-5-Update. Und ja. Wir sind jetzt nicht ganz die Ersten, die das wahrscheinlich spielen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die ganzen Maps von der Season 4 noch alle gekriegt haben. Ob wir die noch alle schon gespielt haben. Da waren ja ein paar mehr Maps, die da null rauskamen. Aber vielleicht kriegen wir ja dann heute noch welche davon. Und wenn wir die alle haben, dann ist ja gut. Keine Ahnung. Perfektes Paar. Ja, das kennen wir ja schon aus der ersten Season noch. Schön, dass sowas mal auch noch mal kommt. So bleibt die Abwechslung noch gegeben. Aber ein paar neue Maps würde ich heute doch gerne spielen. Es sind ja sechs Stück. Zwei davon kenne ich. Eine davon habe ich jetzt gespielt hier in diesem Let's Play. Vielleicht sehen wir die ja gleich dann auch noch. Jetzt müssen wir uns aber erstmal noch hier oder das Perfekte Paar merken. Boah, wenn es nicht so warm in meinem Zimmer wäre, könnte man sich doch viel besser konzentrieren. So, was haben wir hier? Melone und Orange. Melone und Orange. Melone und Orange. Orange ist hier vorne. Oh Gott, ist das voll. Oh, bitte nicht abschießen lassen. Was haben wir jetzt hier? Melone, Traube. Melone, Traube. Mango, 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 Melone. Mango, Melone. Mango, Melone ist hier. 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 Oh, nicht runterschubsen. Oh Mann, die schubsen einen auch alle mal runter. Mango, Kirche. Mango, Kirche. Mango, Kirche, Traube. Mango, Kirche, Traube. Mango, Kirche, Traube. Banane, Mango, Kirche, Traube. 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 Nein! Das ist doch nicht wahr, Käppchen. Ich wusste es nicht. Ich hatte nicht gesehen, wo Melone war. Scheiße. Naja, ey, das ist genauso wie beim Tanken. Säule 3. Säule 3, Säule 3, Säule 3. Dann bist du an der Kasse. Welche Säule? Egal. Nächste Runde. Dschungel Jump. Das war die Map, die ich schon mal heute gespielt habe. Einmal habe ich verkackt und einmal habe ich gewonnen. Das war aus der Aufnahme, die leider verloren gegangen ist. Dann sehen wir uns das mal an. Nutze die Trommeln, um zu ziehen, in die Nieder zu springen. Die Trommeln sehen aus wie Seerosen. Was für Geräusche. Die Palme finde ich richtig cool eigentlich. Palme mit Aquarium. Das ist geil. Die ist auch direkt weggegangen. Hat sich direkt verabschiedet. Von der Zivilisation hier. Hopp. 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 Oh, du Penner. Ja, egal, wir können ja lange laufen. Nochmal. Hopp. Hopp. Das klappt ja schon mal richtig gut. Ach, Mann. Man sollte den Abend nicht vom Tag loben. Oh, Mann, Leute. Nochmal. Oh, nochmal. Jawohl. Nein. Oh, Mann. Ah. Komm schon. Jawohl. Schön. Ey, die ersten sind schon drin, ey. Wie gut sind die denn hier? Nein. Oh, Mann, ey. Diese Scheiß... Ich sehe nichts. Hilfe. Hilfe. Was ist das denn? Andauernd blockiert man sich hier selber. Ey, warte mir Scheiße. Komm schon. Konzentrier dich. Ja. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich habe es hier gespeichert. Oh. Oh, komm schon. Jawohl. Jawohl. Nein. Komm, spawn. Was passiert hier? Oh, Junge, Junge, Junge. Wie kommt man denn da unten hin? Man springt so elendig lange. Ah, vielleicht da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Hopp. Jawohl. Ja, läuft doch. Ja. 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 Komm, komm, komm. Jetzt hier hoch. Jawohl. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wie geil. Wow. Nice. Hehehe. Aber das ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Das ist richtig schwer. Die erste Runde hatte ich da auch verkackt. In der zweiten Runde hatte ich es geschafft. Da war die Map aber auch ein bisschen anders. Also diese, so wie es jetzt gerade aufgebaut war, war es ein bisschen schwieriger, fand ich. Ja, schon zu Ende die Runde. Sind aber nur 43 von 42. Da stimmt ja irgendwas nicht. Naja. Sehen wir jetzt, ob es so stimmt, wie es da gerade stand. Und 44. Noch 43. Lol. Null. Hehehe. Hin in das Rennen. Gut. Das kennen wir ja noch aus der ersten Season. Das klappt ja auch eigentlich ganz gut. Let's go. So. Mal hier diese Rollen wieder. Kein Wunder, dass ich da wieder verkacke. Ein Pinguin. Oh, wie süß. Wie geil. Das ist bestimmt so ein DLC-Pack. Ich glaube, das kriegt man nicht kostenlos. Er sieht aber echt gut aus, dieser Pinguin. Der gefällt mir. Oh nein, Leute. Hörter auf, hörter auf, hörter auf. Lasst mich jetzt hier durch. Wären die anderen nicht alle so dick, hätten wir das wahrscheinlich geschafft. Ja. Das war knapp. Der Pinguin sieht ziemlich cool aus. Oh, der Pinguin ist nicht mehr reingekommen. Oh, nein. Oh. Kurz vor einer Kohne. Hä? Warum haben wir denn den Splitter bekommen? So, nochmal kurz was trinken. Es ist so warm hier, das glaubt man gar nicht, ey. Und Regen. Regen, dann tut's halt auch wie Sau, ey. Riecht scheiß Wetter draußen. Der Torhunger. Wunderbar. Das hatten wir eigentlich bisher gut drauf. Schön, 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 schön. Na egal, ey. Das war ja schon mal richtig scheiß getaktet gerade. So, da lang. Wunderbar. So, da bitte. Das war knapp. Er hat sich ja schnell gefangen. So, da hier bitte einmal. Danke sehr. Easy, easy, easy. Einmal links bitte. Und wir kommen rein. Wunderbar. Die Runde geht ja relativ fix. Jetzt haben wir gleich auch 42. Wunderbar. Und ab in die nächste Runde. Wir gehen unten lang. Oben lang ist ein bisschen zu kompliziert. Wir gehen unten rein. Und den Bambus vorbei. So, das ist ja gut. Passt so. Ja, wir kommen gut durch, würde ich sagen. Nein! Nein! Oh Gott, da war eine Lücke. Das war natürlich mies. Egal. Einmal wieder hier lang. Boah. Jetzt kommen noch die Nashörner wieder. Haben die eigentlich immer ein Ziel vor Augen? Ja. Nein, sie haben ein Ziel vor Augen. Die fixieren immer einen. Ja, dieses Mal haben sie mich jetzt nicht gekriegt. Das war richtig mies, wenn die eine mal kriegen. Jo, da passt der. Boah, schön alles voll hier. Oder? Jetzt aber. Das war knapp. Aber easy, easy. Hat alles funktioniert. Easy peasy, Alter. Oh, die Palme ist viel. Das ist eine Palme. Hallo, Palme. Nein! Schleimkreisler. Wie sieht ihr denn heute aus? Sind da wieder diese hässlichen Rollen, über die ich nicht rüberkomme? Oh, diese Rollen. Und dann diese Bälle am Ende. Oh Leute, das geht doch nichts. Egal. Attacke. Hoffentlich haben wir den Schleim mal ein bisschen entschleunigt. Das ist ja scheiße. Ja, läuft, 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 wir bleiben. Lauf, 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 lauf. Nudel, lauf, 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 lauf. Nudel, 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 lauf, lauf. Ah. Oh, nö. Leute, ey, ihr seid auch, ihr blockiert euch doch alle gegenseitig. Okay, 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 ja, kommt schon wieder der Schleim. Oh, oh, gar nicht gut. Oh, nein! Oh, ey, dieser Schleim, der ist immer so schnell. Ah, nee, da können wir jetzt nicht Ende machen. Wir machen jetzt nur eine Runde. Eine Runde müssen wir noch machen. Nur wegen dem Schleimkreisler haben wir jetzt verkackt. Wegen diesem Krackschleim, der in der Dornen so schnell steigt. Oh, wir sind mit Level 9. Siehst du mal, eine Krone zumindest verdient. Relativ unverdient verdient. Naja, jetzt sind wir auch noch da, Level 9. Goll! Vollender Regenbogen. Toll, super. Was gibt es eigentlich zur Zeit im Shop? Irgendwas Interessantes? Angebote, Rankentyp. Äh, nö, oder? Nö. Sieht man ja eh nicht. Was ist das hier? Die Waldmaid? Nö. Tomate brauchen wir auch nicht. 3.500, könnten wir uns sogar kaufen. Professor Kurzel? Nö. Nö, eigentlich gerade interessiert mich hier von wieder nichts, ey. Muskulös. Oh, da guckt der Po hinten raus. Oh, muskulös sind. Nö, 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 nö. Dschungeljump, 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 dschungeljump. Das hatten wir ja vorhin schon. Oh. Dieser Berg da hoch, da hochzukommen, das ist nicht so leicht. Da links und rechts in den Seiten ist, glaube ich, besser als in der Mitte am Ende durchzugehen. Würde ich jetzt mal leicht behaupten. Oh, Bugs Bunny. Oder was? Nee, war nicht, oder? Keine Ahnung, was da für ein Viech ist. Keine Ahnung. Hui. Hui. Hopsala. Und nochmal. Hopsala. Hopsala. Alter, haben wir nicht geschafft. Durch den Wasserfall durch. Ja, können wir. Oh, Mann, dieser Hai hat mich aufgehalten. Neun. Ja, ja, wir kommen durch. Wir kommen gut durch. Oh. Ja, noch einmal. Komm schon. Jawohl. Richtig gut. Neun, ist aufgehalten worden. Oh, nein. Aua, aua. Au, au. Au. Nein, au, au. Hört auf. Ja, ja, ja. Guck mal. Oh, wir hatten zumindest einen Jackpoint. Oh, nein. Hallo. Moin, Kumpel. Wir gehen wieder links rüber. Ist ein bisschen einfacher. Hopsala. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, geschafft, Jungs. Ah. Und Mädels natürlich auch. Und ja, die wir sind auch. Ihr alle. Einfach. Wir haben es geschafft. Ihr seid alle toll. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Guck mal, da ist ein Man in Black. Na ja, er ist raus. Aber wie ist er noch drinne? Das ist die Hauptsache. Ab in die nächste Runde. Oh, scheiße. Tut mir leid. Tut mir leid. Upsala. Ups. Also ich kann das auch nicht so auf Kommando eigentlich. Also das passiert einfach dann. Naja. Ui. Das Rollfeld nur mit drei Rollen. Generell das Rollfeld halten wir lange nicht mehr. Die Kameraführung ist da immer noch vom Arsch. Hör, wir bleiben auf diesen beiden hier, würde ich sagen. Och, und jetzt auch noch mit Abschuss. Ui. Ui, Leute. Das ist jetzt aber schwer hier geworden. Früher war das so easy. Ja, eine Wand. Bei der kann man sich verstecken. Warte, 16 Leute müssen rausfliegen. Jawohl. Ey, voll die Putze wollen wir hier. Oh, was passiert hier? Hilfe, Leute. Hör mal auf. Da ist noch eine Blaubeere. Zwei Blaubeeren. Oh, voll die Putze hier. Alter. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Jetzt schon wieder der scheiß Schleimkraxler. Schleim, Schleimlachsler. Schleimlachsler. Mann. Ich wollte die Folge eigentlich nicht mit einem Schleimkraxler beenden. Was ist das denn daneben? Hat man jetzt sogar noch so ein neues Element hier eingebaut. Oh, gut, 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 gut. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Uh, wir bleiben hier. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Uh, fuck. Nein. Mann. Und noch eine Runde. Dann machen wir hier raus jetzt eine Special-Folge. Der Katsch, Schleimkraxler. Welche Runde sind wir jetzt eigentlich gekommen? Wie weit? Dritte Runde. Ja. Ist nicht schlecht. Ist okay. Kann man akzeptieren. Aber am Schleimkraxler wieder. Wobei, die ist eigentlich ganz cool. Nur dieser Schleim, der steigt mir zu schnell. Was ist denn jetzt hier los? Ja, toll. Wunderschön. Prime Gaming. Prestige für Season 5 ist da. Duotrupps. Gewinnt mehr als zwei. Ja, 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 ja. Oh, da. Da sehen wir mal. Season 5. Willkommen im Dschungel. Season 5 ist da. Die Expedition ins Abenteuer beginnt mit sechs brandnüllen Runden. Nüpft von einem Seerosenblatt. Ach, sind doch Seerosen. What? Nütze die Trommeln, um zu ziehen, in die Nähe zu springen. Die Trommeln sehen aus wie Seerosen. Vergnüge dich auf der Poolparty und weiche wild gewordene Nashörnern aus. Es gibt eine Menge neue Farben, Kostüme und Muster für Season 5, damit du dich in den neuen Runden angemessen kleiden kannst. Nett. Freu ich mich. Dann machen wir aber noch eine Runde. Habe ich ja jetzt versprochen. Schön, dass uns das am Ende praktisch jetzt gezeigt wird und nicht am Anfang, wo wir jetzt anfangen wollten. Toll. Ah. Ah. Was machen wir denn? Was mache ich? Wunderschön, wunderbar. Wir kommen voran. Wir bleiben hier oben. Oh, Gitos. Oh, Gitos oder Vegitos. Was heißen die Vegitos? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Lauf, 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 lauf. Wir laufen am Rand wieder. Lassen uns nicht umhauen. Und wir sind drin. Wuh. Geile Sache. So, jetzt bitte eine neue Map wieder. Und wir bekommen den Dschungeljump. Ja, den hatten wir ja schon. Aber neue Maps sind heute willkommen. Man kann hier nicht mal die Kamerafahrt machen. So mal drehen oder so. Also erst jetzt kommen müssen. Hopp. Hopp. Och, weh. Was war denn jetzt los, ey? Boah, das war alles jetzt sehr, sehr knapp gewesen. Tschüss. Tschüss. Das war knapp. Oh, wir kommen sogar mit einer, als einer der ersten jetzt sogar bald rein, oder? Läuft. 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 Oh, doch nicht am Ende. Nochmal. Ups. Alien. Weg, Alien. Jawohl. Ist runtergefallen. Jawohl. Geschafft. 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 Zack. Und drin. Wunderbar. Nicht mein letzter. Eine neue Map. Äh, Map. Pinguin. Poolparty. Ah, Pinguin. So welche Sachen kennen wir ja schon. Nur mit einer neuen Map. Das ist auch cool. Jagd. Ist das Jagd? Das ist nicht Team? Geil. Okay, was muss ich jetzt machen hier? Packe und halte die Pinguine. Ja, toll. Achso, ich muss 25 Sekunden die halten, dann ist gut. Ja, was? Und rein da. Wo ist einer? Wo ist ein Pinguin? Pinguin. Lass mich durch. Da ist auch noch einer. Cool, cool, cool. Hier ist noch einer. Ich warte einfach hier auf einen Pinguin. Ey, das kann doch nicht sein. Wo sind die Pinguine? Pinguine, kommt hoch. Mein Plan geht nicht auf. Scheiße, ich dachte, die kommen auch hier hoch dann. Scheiße, wo sind die Pinguine? Sturzflug. Ja, wir haben einen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jawohl, wir sind qualifiziert, weil wir uns versteckt haben. Und wir waren der letzte Saison, nee, vorletzte. Oh mein Gott, das war so knapp und das war so lustig. Wir haben uns einfach versteckt mit dem Ding. Juhu. Ja, das war scheiße knapp. Oh, eigentlich unverdient, sich mit dem Ding zu verstecken. Oh, die haben uns nicht gesehen, das ist gut, war gut. Keiner hat uns festgehalten. War uns das doch noch vergönnt. Pinguinpatrouille. Das gleiche als Teamspiel. Ach, das ist doch gut. Vielleicht haben wir ein gutes Team. Mal Daumen drücken hier. Wo ist der Pinguin? In der Mitte war der, ne? Ah, drei Teams sogar. Kommt hier keiner? Wo ist der Pinguin, verdammt? Da ist der Pinguin. Halt ihn fest. Nein. Bleib hier, bleib hier. Wo ist denn unser Pinguin? Ja. Ah, wir sind voll am Vercutten. Mann. Ich hatte ihn einmal gehabt. Ausgeschieben. Ja gut, konnten wir nichts machen. Bei 41 Sekunden. Der nächste war erst 89 Sekunden. Keine Chance, keine Chance. Aber ich hatte ihn auch nur drei Sekunden gefühlt. Gut. Das letzte Spiel war nicht der Schleimkraxler. Schleimkraxler. Genau. Und wir sind einige Runden weit gekommen und dann bei einem Teamspiel ausgeschieden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Sind wir sogar bis Runde vier gekommen. Das ist schon heftig. Und wir haben drei neue Maps insgesamt gefunden. Spielen können. Ja, und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge dann auch? Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Fall Guys. Oder sonst irgendwas auf meinem Kanal. Bis dann. Tschö, mit dir. Und haut rein. Bleib gesund. Euer Draxel. Gut. Ich bin Leute. Gut. Ich bin Leute. Bis dann. Gut. Bis zum nächsten Mal.